So, hallo Leute. Heute nehme ich mal mit dem Handy auf, einfach weil ich jetzt das erste richtige Beatbox-Video machen wollte. Also wo es halt wirklich nur um Beatboxen geht und zwar soll es ein Tutorial sein. Und zwar hat heute Morgen ein Schulfreund einen neuen Sound erfunden. Er selbst Beatbox nicht, aber er hat einfach eine neue Liberal Variation erschaffen. So, nachdem das geklärt ist, erstmal der Sound. Und wie man es macht. Also wer dieses Video sieht, der sollte ja schon mal die ganz normale Inroad-Lib-Roll können. Also, und jetzt halt einfach nur, dass ihr eure Zunge vor das Loch setzt. Also das, was ihr halt in den Nippen dabei habt. Das an das Loch. Ohne. Mit. Auf jeden Fall ist der Sound schön für Lib-Roll-Drags. Er ist auf jeden Fall kraftvoller als jetzt eine Tief-Lib-Roll wie... Aber auch nicht, äh, so sehr Tief-Lib-Roll-Drags oder... Oder... Und deshalb ist es halt ganz angenehm, einfach mal, um halt eine schöne Lib-Roll zu haben, aber halt nicht so schwach wie eine Tief-Lib-Roll, aber auch nicht so krass hart wie eine normale Lib-Roll. Ähm... Ja, das wär's eigentlich auch schon zu dem Sound. Einfach nur... Und die Zunge davor setzen. Und dann ist eigentlich nur noch ein bisschen rumexperimentieren. Ähm... Bis man halt den Sound ordentlich hinbekommt. Und jetzt würde ich sagen, mach ich jetzt noch ein kleines Beispiel für den Sound. Und dann packe ich das hier noch in mein Schnittprogramm und dann haben... Dann lade ich das hoch und dann dürfte viel Spaß mit dem Tutorial haben. Und da, ähm... Äh... Mein lieber Schulkamerad Anton hieß, werde ich diesen Drop ihm widmen. Und da, ähm... Ja, ne?